Hi Freunde, ich habe direkt den nächsten Prospekt für euch. Es ist ein Prospekt von Hagebar Online. Leider wie bei Kombi, vorerst ohne Preise und ich denke mal noch nicht vollständiges Sortiment, denn ich vermisse hier noch die Raketen. Oder es gibt diesmal keine, weiß ich nicht. Zu den Preisen, die sind zwar noch nicht da, kann ich schon sagen, es ist ein Baumarkt und dort werden die wieder ein gutes Stück teurer sein als in irgendwelchen anderen Ländern. Falls ihr diese Artikel dort findet. Ja, wir fangen direkt an mit einer 35 Schuss Batze, die Black Box. Daneben finden wir die Crackling Machine, 200 Schuss. Kauft euch da lieber eine, wie heißt sie doch gleich, eine Powerbox aus dem Nidl. Dann haben wir hier den ersten Verbund auch schon vor die Nase gesetzt bekommen. 85 Schuss, Crossbones, ja, bin kein Verbund Fan. Eclipse, 25 Schuss Batterie, finde ich persönlich ganz gut, würde ich mir mitnehmen. Es kommt darauf an, was die hier für den kleinen Kasten haben wollen. Den nächsten Verbund mit 52 Schuss, Dragonheart, ja. Dann haben wir hier die Viererfontäne, fette Tonne, mega fett. Ja, wer es mag, kann sich es mitnehmen. Dann haben wir hier die Extreme Stars. 91 Schuss, klingt verlockend, aber 20 Sekunden, Leuchtkugel-Effekte, lasst liegen den Dreck. Ja, Design sieht zwar ganz cool aus, aber der Effekt ist halt Dreck, ne. Funkenflug, Dreierfontänen-Batze, ja. Home One 2, 337 Schuss, Dreierverbund, größtenteils Quackling und, ja, man sieht es hier schon, Quackling und Tröleys. Ja, gleich wie geht für Hurricane, 66 Schuss. Sieht immer nach fetten Dingern aus, aber es ist nichts Tolles. Ihr seht auch sehr kleines Kaliber, selbst die größeren sind auch nicht so viel toller. Ja, Joker, 50 Schuss, auch liegen lassen, auch größtenteils Quackling. Lucky Eight, Kaufempfehlung, das werden hundertprozentig die Quackling-Boys sein. Heißen die Quackling-Boys von Nico im Normal? Ich bin mir nicht sicher. Aber die gleichen gibt es auch bei Normal in Rot, Gelb und Grün sind die, glaube ich, eingewickelt mitnehmen. Midnight Special, 76 Schuss, Viererverbund, ja. Ihr kennt meine Meinung. Overlord, 50 Schuss, kleine Bequets, ja. Nicht ganz so prall, der Zerleger ebenfalls, lass liegen. Profi-Line 410. Dann haben wir hier die Profi-Line 450. Würde ich persönlich, ich weiß nicht, was der Preis hier sein wird, eine Kaufempfehlung aussprechen für die, die auf lila und pinke Effekte stehen, so wie ich, denn die sind cool. Ausbreitung ist natürlich nicht so prall, aber ist auf jeden Fall nett anzuschauen. Profi-Line 4XL, warum heißen ja nicht alle Profi-Line? Ja, wieder ein Verbund, 126 Schuss. Der nächste Verbund ist direkt daneben, 187 Schuss. Ein Sechsterkasten mit Fächereffekt wohl auch, ja. Wer es mag, Pyro-Conversion, 24 Schuss, ja, auch nicht so das geile Teil. P-Wax ist auch, wie ihr schon seht, größtenteils noch Quackling-Aufstiege. Nichts Tolles, nichts Besonderes. Lasst liegen. Die Samurai, ja, hat Zerleger. Akzeptabel, aber ist nicht meins. Skywacer, der nächste Verbund, 138 Schuss. Skywacer, nächster Verbund, 138 Schuss in 5er-Batterien, ja. Kann man auch liegen lassen. Sonic Boom, der letzte Verbund mit 120 Schuss, mit einem kleinen Jet drauf. Design sieht ganz cool aus, ja, ist halt ein Verbund, wird auch sehr teuer sein. Und leider, zu guter Letzt, wie gesagt, die Raketen und Preise, ich denke mal, dass noch Raketen kommen, fehlen. Haben wir hier noch das volle Rohr. Dann war es das auch schon wieder für das Video. Ja, lasst mir gerne ein Abo, einen Kommentar und eine Bewertung da. Über einen Kommentar freue ich mich am meisten, denn ich bin gerade noch am Anfang. Und da wäre es halt gut, wenn ich irgendwelche Tipps bekomme. Gerade, wenn das jetzt einer von den größeren YouTubern sehen sollte, mit mehreren Hundert oder sogar schon Tausenden Abonnenten. Wäre geil, wenn du einen Kommentar da lässt. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.